Herzlich Willkommen bei uns in der Bavaria! Grüß Gott! Wir haben nach Korbinians Hofermanie gleich einen Tag mit Weißwurstfrühstück und Weißbier begonnen. Also es macht riesig Spaß und wir sind jetzt dann gespannt auf die ganzen Kulissen. In den Original-Kulissen zu sein, finde ich immer recht spannend, weil es dann im Fernsehen anders rüberkommt. Und ich bin gern hier und vielleicht bin ich das nächste Mal wieder dabei. Für mich ist es super, die Schauspieler live zu sehen. Dass man auch weiß, wie die Menschen so in echt sind, nicht bloß vor der Kamera. Kann man ja keinen einschätzen. Nach 15 Jahren der erste Rosenkopf-Fan-Tag, 15 Jahre Sendererfolg beim ZDF. Es ist ein tolles Erlebnis, 300 zufriedene Gäste, strahlende Gesichter. Auch die Schauspieler sind sehr gut gelaunt, positiv dabei und freuen sich alle über diesen gelungenen schönen Tag. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich bin ein riesiger Rosenkopf-Fan und ich hätte nie gedacht, dass ich je irgendwas gewinne und gleich sowas cool ist. Und ich schaue wirklich jeden Dienstagabend Rosenkopf und ich freue mich sehr. Vielen Dank.